Hallo liebe Leute! Ja, Hallöchen. Liebe Leute. Das war ein super Start. Das war ein super Start. Finde ich auch. Ja, er ist wieder mit dabei. Und wir haben eine... Tut mir leid, ich gehe auch wieder. Wir haben eine traurige und sehr freudige Nachricht für euch. Wir werden dieses Spiel jetzt durchspielen. Ich hoffe, dass es nicht mehr... In dieser Folge. In dieser Folge, genau. Weil ich glaube, dass es nicht mehr so lange geht. Allerdings, wenn es dann doch... Nein! 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 Was tust du, Lara? Wenn es dann allerdings doch zu lang werden sollte. Weil doch noch irgendwelche Rätsel kommen, die ich jetzt vergessen habe. Aber ich glaube, die Wasserrätsel waren wirklich die letzten. Ich hoffe, die Wasserrätsel waren wirklich die letzten. Ja, ich auch. Du weißt ja gar nicht, wie sehr ich das hoffe. So, da war jetzt nur eine Fledermaus. Und runter. Er wartet. Und runter. Und, und, und. Jawohl. Geschaffert. Und noch mehr Fledermäuse. Alter, wie viele Fledermäuse gibt es denn hier? Das ist Batmans Versteck. So, es gibt noch ein Wasserrätsel. Ich hab's schon gesehen. Die Freude ist unbeschreiblich. So, mal gucken, wie viel... Die fragen sich nur, was sollen wir denn jetzt? Wie viel? Ein, ja gut, das ist einfach. Das ist easy, das ist easy. Das haben wir ja gerade eben auch gemacht. Genau. So, wie war das? Also, ähm... Kleine Flasche füllen. Dann... Umfüllen. Ja, musst du andersrum machen. Ja, stimmt. Verdammt. Also, das... Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt, das Letzte. Ja, aber was sollten sie denn sonst machen? Mehr als fünf konntest du nicht machen? Fünf, da hättest du nur die eine Flasche vollfüllen müssen. Drei, hättest du nur die andere vollfüllen müssen. Blieb nur noch eins. Ja. Eigentlich schon. Aber Nachdenken ist nicht so meine Stärke. So, perfekt. Weißt du, das hätten wir in die letzte Folge dann auch noch mit reinnehmen können. Ja, gut. Wir haben ja schon letzte Folge ein bisschen überzogen. Die Zuschauer sollen dann nicht gleich denken, ah, jetzt kommen immer viele Folgen. Genau, keine Hoffnung drauf machen, ne? Richtig. Jetzt kommen wieder diese Stottern, das Stottern herunterfallen. Ja. Nein, scheiße. So, da war er. Siehst du ihn? Das ist der Endboss. Oh. Ist ja ein hübscher. Ja, wahr. Also der Horus. Ich glaube schon, dass das... Ich weiß... Ja, Horus war das. Dem müssen wir die Rüstung hier anziehen. Die ich mir im Laufe dieses Let's Plays schwer erarbeitet habe. Aha. Und dann wird er lebendig. Guck mal, wo wir jetzt sind. Das ist nachher der Fluchtweg. Hier müssen wir dann nachher quasi hochklettern. Okay. Um vor dem... Nochmal. ...türen zu fliehen. So. So. Aha. Wir speichern hier mal. Halt dich doch fest, Lara, wenn ich drücke. Du sollst dich... Ach, das geht ja gar nicht viel weiter. Hm, ich bin ja auch blöd. Nein. Scheiße. Jetzt habe ich dumm gespeichert. Halt dich fest. Danke. So. Und zwar müssen wir jetzt in einen Seitengang hier unten, den ich da gerade... Ach so, da unten. Ja. ...erblicke. Ja, dann macht's Sinn. Genau. Oh Gott. Es hängt. Und der Zopf liegt in der Luft. Ja, ich bin ja auch. Ja, ich bin ja auch. Ja, ich bin ja auch. Oh Gott. Ja, ich bin ja auch. Und der Robert, Episches Video Ende Was? Sag mir bitte, ich habe gespeichert Du hast nicht gespeichert Ach man, weck mich an Jetzt dürfen wir uns das Video nochmal angucken Aber diesmal können wir auch drüber labern Das Mistige ist, diese kleinen Filmszenen Kann ich nicht überspringen Mit S-Kappe oder so Geht nicht Mit S-Kappe oder Inter Nein Oder Sparze Ne, geht auch nicht Unfassbar Episches Video beginnt Du schaffst es auch jedem Video Das Epische zu klauen Was? Was? Ach, hier müssen die vier Statuen hin Die wir Auch Ähm Letztens irgendwann Eingesammelt haben So und jetzt speichern Ja Huch Gleich mehrere Male speichern Und ganz Ne, ganz oben ist immer Anfang der Aufnahme Falls die Aufnahme nicht funktioniert hat Ah, okay Ist aber sinnlos, weil ich da gleich Bevor ich die Aufnahme überprüfe Wieder drüber speichern Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich da links rum Dieses Blau nervt gerade ein bisschen Ein bisschen, ja So, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert Ach doch, wir müssen ins Wasser Springen Nehme ich an Ah Spring ins Wasser So knapp Dann ist das aber eigentlich Ich glaube, das hat nicht funktioniert Dann ist das aber eigentlich ganz easy Weil Hier ist ja gleich Wasser Also daher Ich hätte mit Anlauf springen sollen So Jetzt aber Liebe Lara Wir waren doch bis jetzt so ein gutes Team Wäre blöd, wenn du das jetzt kaputt machst, Lara Spring Perfekt Wir speichern Und sehen Lara dabei zu Wie sie Horus Ankleidet Oh Ah ne, wir müssen erst die vier Statuen einsetzen Vor allem sie hat No gesagt Und hat es dann Ja genau Lara, wieso widersprichst du dir selber? No Siehste Sie hat es wieder gesagt No No So Gleich geht es los, liebe Leute No Lieber Jonas Kreos Oder was weiß ich Wie sie Kekse Kekse Und jetzt müssen wir uns nur der Statue von Horus nähern Und dann kommt wieder ein epischer Film Shh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, aber im Wasser geht's nicht weiter So, wir speichern, weil wir schon mal aus dem Wasser raus sind Und woanders Diese Tür ist noch zu, verdammt Ja, wir müssen jetzt, ähm Da unten läuft er Aber er sieht uns nicht Ach, der weiß schon, dass wir da sind So, wir gehen jetzt mal hier rüber Speichern Immer auf einem anderen Slot jetzt am besten Und, ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen hektisch, ne? Gibt's da eigentlich jetzt auch wieder hektische Musik? Ich hab keine Ahnung Ich höre nix Ich habe mein Headset weit vom Kopf entfernt Ach so Nein, 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 nein Oh Gott Mann, mach doch mal ne Pause Spar dir deine Kräfte für nen anderen Tomb Raider Spieler Und wir sind runtergefallen Aber ich weiß nicht, ob das so verkehrt war Ja, es war verkehrt Da diese Tür auch nicht offen ist Ist überhaupt eine Tür offen? Ich weiß es nicht Vielleicht müssen wir auch erst irgendwas im Wasser machen Das ist so spannend Mir hat's gerade voll die Sprache verschlagen Ähm Glaubst du, dass wir hier irgendwas im Wasser machen müssen? Um vielleicht einer dieser Türen zu öffnen? Das ist es ja Da ja das ist ein Endboss ist Kann ja überall was sein Genau Aber ich sehe jetzt nix direkt Ich auch nicht Doch, doch, hier Das Amulett des Horus Das ist doch uns Ah, stimmt Das ist ja ins Wasser gefallen Ja In der Cutscene Die ich reinschneiden werde Die ich gesehen hab Und du nicht Wuhu Ich hab sie gesehen Ach, du meinst jetzt den Zuschauer Verdammt Du meinst jetzt den Zuschauer Der hat sie Richtig Doch, der hat sie ja auch gesehen Stimmt, du schneidest es ja rein Verdammt Was für ein wirres Geräte So, wir speichern wieder Mit dem Amulett Irgendwahr Äh, ja Mal gucken Ach, doch so viel Ah Siehst du Hä, wieso ist das denn jetzt offen? Ja, weil wir das Amulett haben Es ist sinnlos Es kommen in diesem Spiel Keine weiteren Gegner Und wir kriegen Uzi-Munition Wie sinnlos ist das denn? So, Lara Leg um Leg um Hebe, leg um Hebe, leg um Und weg Oh Gott Das war Das war knapp So Diese nächste Tür hat sich geöffnet Liebe Freunde Und Mua, schon wieder knapp Es ist so scheiße, dass der Sound grad leise ist Aber Es wird schon Es wird schon Nein, nein, nein Das war zu früh Nein, es war genau richtig Scheiße Ich hab gerade ein bisschen Ähm Ja Ja Zweifel Zweifel, nicht wirklich Ich bin nur Ein bisschen Ziemlich Aufgeregt Ob das jetzt hier funktioniert Oder nicht Dass wir Dem Boss ordentlich ausweichen Hier ist immer eine gute Stelle Um zu speichern Hier ist noch ein kleines Medi-Pack Ähm Scheiße Komm, schieß Schieß Ach, nicht mehr richtig zielen kann der Vogel Aber jetzt, jetzt, jetzt Und weg, und weg Und So, jetzt haben wir dieses Ding geschlossen Oder aufgemacht Ich weiß es nicht genau Aufgemacht Ich hab's nicht genau gesehen Scheiße Ich glaub, du hast oben das Tor aufgemacht gehabt Ich muss jetzt irgendwie Weiter hoch Ach, und ich weiß auch, wie ich das mache Ich weiß auch, wie ich das mache Das ist schön Weil ich weiß es nicht Ich weiß es Ich weiß es Du musst es nicht wissen Es reicht, wenn ich es weiß Du bist ja nur der Co-Moderator Ich bin nur der stille Beobachter Der immer wieder reinlabert Tut mir leid Ja Ach, da hoch Ah, okay Nein Doch, ich weiß schon wo Glaub ich Was ist da, wo wir langgeklettert sind Und immer wieder runtergeflogen sind Mhm Scheiße So Und jetzt Da drüben dran Und hoch Mhm Und jetzt irgendwie noch höher Ach ja, genau So Hier hoch Wir speichern mal Ja Was? Nichts 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 Absolut nichts So Oh Gott Boah Und darüber, komm Oh Gott Ah Aber ich hab ja gespeichert Glück gehabt Mhm So, hier oben liegt noch ein kleines Medipack Interessiert mich jetzt überhaupt nicht Und hoch da Und oh mein Gott Wir sind so weit Und ich hab jetzt keine Ahnung, wo es weitergeht Wo es weitergeht Wo es weitergeht Scheiße, Mann Wo geht's? Darunter? Oder runterhangeln? Nein, nein, nein Ich hab keine Ahnung Da waren wir schon Hä? Leute Ich hab überhaupt keine Ahnung Ich brauch mal ein großes Medipack Ich speichere hier oben einfach mal Falls ich es noch nicht getan habe Ich weiß es nicht Ich auch nicht mehr Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war Ja Doch Ja Es war richtig Oh Gott Ob wir jetzt speichern? Ich weiß nicht, ob das So Ja, er hat mich nicht getroffen So Hoch da Oh Gott Dass man sich so schnell den Weg suchen muss Das ist Wahnsinn Jetzt sind wir erstmal sicher Vorerst Und die Leute auf YouTube sehen jetzt wahrscheinlich gar nichts Aber da ist Ich kommentiere das Lara krabbelt durch einen dunklen Gang Da wird schon wieder hell Reicht Okay 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 Nein Scheiße Ich dachte jetzt Da geht es tief runter Und deswegen wollte ich nochmal rein Um zu speichern Damit wir Relativ sicher immer speichern Und jetzt stehen wir quasi im Schussfeld Oh Gott Nein Nicht gut Nicht gut Leute Sie läuft gerade aus Ich habe Ich habe nichts gedrückt Ich drücke nichts Und Lara ist gerade ausgelaufen Das war genau wie mit dem Springen Ich hatte meinen Finger weit von der Taste laufen entfernt Und dort geht es hinaus Dort geht es hinaus Lara Nicht Hör auf zu springen Genau So Hoch da Hoch da Hoch da Hoch da Und ich verliere kein Leben Wenn er trifft Ich wollte gerade sagen Eine Wand Eine Wand macht irgendwie keinen Schaden Ob das wohl einfach ist Oh Gott Das ist scheiße Ich bin ein Beißerpunkt Na doch Hast ja überlebt So Und jetzt müssen wir nur noch hier rausklettern Lieber Jonas Und dann ist dieses Spiel beendet Wuhu Ja Also sag nochmal deine Und ich bin dabei Was? Und ich bin dabei Ja Genau Tschüss Jonas Ah ne Das nimmt er noch auf Weil gleich die Aufnahme wieder abbricht Weißt du? Achso ja Also sag schnell tschüss Oder Ich weiß nicht Auf Wiedersehen Nein Wir müssen noch weiter Verdammt Achso Verdammt Nein Willst du mich eigentlich Ich habe nicht gespeichert Doch habe ich Oder Nein Leck mich am Arsch Warum habe ich nicht gespeichert Warum zur Hölle habe ich nicht gespeichert Okay Jetzt nochmal langsam Ja die Pyramide bricht nämlich jetzt zusammen Weißt du Achso Ja Deshalb Und deswegen Speichere ich jetzt Gute Entscheidung Oh 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 Okay 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 Sehr gut Genau Das war sehr gut Ich darf nicht ständig auf den Timer gucken Wir überziehen voll Egal Ist die letzte Folge Da darf man das Sicher So Speichern Man braucht ja auch noch Zeit Um auf Wiedersehen zu sagen Ja Genau Oh der war knapp Und speichern Nein Doch Nein Scheiße Ich bin zu hohl Ich bin zu hohl Sag einfach nichts Okay Nein Nein Was ist das Lara Hör jetzt auf damit Oh schön Ey weißt du eigentlich dass du grad voll diesen spannenden Moment kaputt machst mit deinen Fails Ich weiß Ich weiß Aber was soll ich tun Ich weiß ja So Jetzt aber Voll zermatscht Halt dich Nein War zu früh Ja genau Halt dich Halt dich Halt mich Halt einfach alle Halt dich Halt dich Halt einfach die Fresse Genau Nein Wie jetzt mal fast alle Speicherslots mit dem Tempel des Horus belegt sind Ja Ne Ist mir auch schon aufgefallen Verdammt Du hast da links auch ne Du hast da links auch ne Kante zum Festhalten Ich glaub ich sollte hier irgendwie durchlaufen oder so Von rechts geht das irgendwie Hä Ne Was Was war das denn Was Ist ein Bug Das glaub ich nicht mal Ah ja Stimmt Geradeaus ist auch ne Kante Dankeschön Biedeschön Mensch Du siehst das auf Skype mehr wie ich bei mir auf meinem großen Bildschirm Scheiße ich sollte jetzt nicht speichern oder Nein Ich hab aber gespeichert Aber ich hab ja noch den Moment davor Müssen wir halt nochmal springen Passiert Immer und immer wieder Speichern So Rechts lang Und da geht es auch schon raus Juhu Wir haben es geschafft Eben Schnell Mädchen Bevor hier alles zusammenbricht Sie wieder Werner Kein Seht mehr Ja ja Keine Zeit jetzt ihre Hand Lara Geben sie mir ihre Hand Ja ja Keine Zeit jetzt ihre Hand Lara Geben sie mir ihre Hand Gut sie wieder zu sehen Nehmen sie meine Hand Ich ziehe sie hoch Ich ziehe sie hoch Ja es ist zu Ende Ja nach 103 Folgen Ist mein erstes Let's Play Projekt Wir sind endlich zu Ende Und ja Lara Croft ist tot Das denken wir Das denken wir zumindest Ob es wirklich so ist Das werden wir in der Reihe von Let's Play Tomb Raider Let's Plays erfahren Die ich noch spielen werde Und so ne Ja Da freuen wir uns natürlich alle drauf Genau Denn auf meinem Kanal Wie es mit den Tomb Raider Let's Plays weiter aussieht Das will ich auch noch kurz erzählen Und zwar Hakt der Sound gerade Super Scheiß drauf Ist Schlusswort Und zwar werde ich jetzt Ich hab ja mit dem vierten Teil angefangen War ein bisschen blöd Ich werde jetzt nach und nach Auf meinem Kanal Den ersten bis zum mittlerweile Zehnten Teil Spielen Natürlich auch noch andere Projekte dazwischen Sonst wird's ja ziemlich langweilig Und Ja Die folgenden Projekte Werden sein Es wird jetzt B-b-b-bäh Hilf mir doch mal beim Sprechen Die folgenden Projekte Werden sein Ja genau Ich lade nämlich Es wird mehrere Projekte geben Zwei Um genau zu sein Und zwar Dirt Space 1 Und Tomb Raider 1 Montag Mittwoch Und Freitags Dürft ihr Eine Folge Dirt Space haben Schauen Was weiß ich Und Donnerstag Ertragen Ertragen Genau Und Dienstag Und Donnerstag Kommt dann Tomb Raider 1 Und Sonntag natürlich Die Monster LP Wochen Highlights Und Ja Ich möchte danke an alle sagen Die lieb zugeschaut haben Und Mich abonniert haben Während des ersten Projektes Projekts So Rum Und ja Auch noch danke an Jonas Dass er mir heute Bei der letzten Tomb Raider 4 Session Zur Seite stand Dankeschön Immer wieder gerne Und auf Dem Kanal Kreos Also mit dem Jonas Werden auch bald Let's Play Videos Hochgeladen werden Also wenn ihr dieses Video Seht Seht Werden anscheinend Schon ein paar Videos Dort zu sehen sein Hoffe ich doch Und ja Wir sehen uns dann Wieder wenn es heißt Let's Play Dirt Space Oder Tomb Raider Oder irgendetwas anderes Bis dahin Liebe Freunde Sag du auch noch Tschüss Ja ich sag natürlich auch noch Tschüss Und bedanke mich auch Dass ihr jetzt die letzten Folgen Auch noch zugeguckt habt Genau Also Bis dahin liebe Freunde Ciao Tschüss